Musik Hallo und recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV, der Tag. Heute berichten wir direkt aus Gagellen. Bei einem strahlend schönen Wetter geht hier die Heeres- und Bataillonsmeisterschaft über die Bühne. Bei mir ist nun General Heidegger. Herr General, was genau hat es denn mit dieser Meisterschaft auf sich? Sport ist für uns eines der wichtigsten, nicht nur Ausbildungsgänge, sondern wir brauchen den Sport, um die Einsatzbereitschaft herzustellen. Und wir können dann die sportlichen Leistungen in einem friedlichen Wettkampf messen. Das bedeutet, wir haben einen Aufbau in unserem Sportsystem von Kompaniemeisterschaften. Kompanie ist die kleine Ausbildungseinheit über die Bataillonsmeisterschaften bis hin zu Militärkommandomeisterschaften. Und von denen kommen die Besten zu den Heeresmeisterschaften. Das heißt, der Sieger des heutigen Tages der Heeresmeisterschaft im Skibergsteigen ist sozusagen der beste Skibergsteiger des österreichischen Bundesheeres. Und es sind natürlich, das sind die Heeresmeisterschaften. Und für die Bataillonsmeisterschaften ist es das mit Masse hier in Vorarlberg beheimatete Jägerbataillon 23. Das heißt, es sind also Tiroler und Vorarlberger Soldatenrekruten, die hier diese Meisterschaften machen. Und was müssen Sie heute alles ganz genau meistern? Sie haben also einen relativ schweren und langen Aufstieg mit Fällen zu meistern. Sie haben dann einen Klettersteig, den Sie versichert durchsteigen müssen und auch eine kleine Skiabfahrt. Wie wird das trainiert? Eigentlich durch die normale Sportausbildung, durch das Laufen, durch das Basistraining, wie wir das nennen. Und ansonsten, gerade im Winter wichtig, durch Märsche im Gelände. Und Sie müssen ja denken, die Vorarlberger Soldaten hier sind ja nicht nur für militärische Einsätze hier, sondern auch für zivile Einsätze und werden auch für Lawinenabgänge und so weiter als erster Responsor gebraucht. Lawineneinsatzzüge zum Beispiel. Das heißt, die Burschen müssen schon eine Kondition haben, damit sie also nach einem Aufstieg auch die Arbeit, die verlangt ist, leisten können. Dann wünschen wir eine unfallfreie und erfolgreiche Meisterschaft und Ihnen noch viel Spaß hier heute in Verradlberg. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Tausende Versicherte in ganz Österreich halten seit einigen Wochen besonders unfreundliche Post und sind geschockt. Die Schreiben der Versicherungen informieren ihre Kunden darüber, dass sie einen satten Verlust einfahren. Und das trotz einer vereinbarten Kapitalerhaltungsgarantie. Wie der ORF berichtet, bereitet der Feldkircher Hansjörg Vogel eine Massenklage gegen vorgebundene Lebensversicherungen vor. 700 Inhaber solcher Versicherungen hätten sich bereits angeschlossen. Und die Staatsanwaltschaft glaubt, dass sich ein Verarlberger Musikschuldirektor auf Kosten der Schule privat bereichert hat. Eine Ex-Sekretärin habe ihm dabei geholfen. Beide weisen vor Gericht die Vorwürfe von sich. 25 Zeugen sind geladen. Drei Tage wird der Prozess dauern. Ob der einstige Direktor und die angeklagte Sekretärin dabei strafrechtliche Grenzen überschritten haben, wird sich voraussichtlich Ende März zeigen. Hinter uns richten Sie sich nun für die Bataillonsmeisterschaft. Wie viele nehmen denn heute genau hier teil, Herr Konze? Ja, es sind 70 Gebirgsjäger des Hochgebirgsjäger-Wartelons 23, die in Blodesch und in Landeck stationiert sind dabei. Und davor sind bereits gestartet 55 der Heeresmeisterschaft im Skibergsteigen Gebirgssoldaten aus dem gesamten Bereich des Bundesheeres, zwölf deutsche Gebirgsjäger des Partnerbataillons, der Gebirgsjägerbrigade 23 und auch fünf Soldaten aus der polnischen Armee. Sie sind heute hier mit dabei. Jetzt haben wir gehört, dass die Soldaten auch speziell ausgebildet werden für Lawinen. Einsatzzüge heißt das, glaube ich. Also es sind wirklich gerüstet, wenn irgendwo eine Lawine abgeht, zum hier auch mithelfen. Wie schaut das aus? Ja, Österreich besteht ja zwei Drittel aus Gebirgsgelände, auch ein großer Teil Vorarlbergs. Und das Bundesheer verfügt über drei Hochgebirgsjäger-Bataillone. Eines davon eben unser Vorarlberger Hochgebirgsjäger-Bataillon 23. Und die Soldaten, die sind natürlich alle speziell für derartige Einsätze ausgebildet. Sie können sich auf den Skiern bewegen, über verschneite Grate klettern und natürlich Rätungseinsätze durchführen. Und heute werden Sie Ihr Können hier auf dieser Strecke, die nicht ganz einfach ist, unter Beweis stellen. Ja, natürlich. Man muss die Fähigkeiten immer überprüfen. Und das bei so einem herrlichen Wetter in so einer schönen Gebirgslandschaft, spannt natürlich die Soldaten auch besonders an. Dann wünschen wir viel Erfolg heute mit der Heeres- und Bataillonsmeisterschaft. Vielen Dank, Herr Konzert, für das Gespräch. Danke schön. Danke auch. Und bei uns geht es weiter mit den Meldungen aus der Welt des Sports. Schon traditionell stellt sich der EHC-Alge Elastik Lustenau auch in diesem Jahr in den Dienst der guten Sache. Zum 15. Mal findet die Veranstaltung Charity on Ice in der Rheinhalle Lustenau statt. Dieses Jahr hat sich der Verein die Familie Riedmann aus Lustenau ausgesucht. Dabei soll dem 10-jährigen Julian eine Delfin-Therapie ermöglicht werden. Die Veranstaltung findet am Sonntag, den 13. März, ab 10 Uhr in der Rheinhalle Lustenau statt. Gute Nachricht im Sportkegeln. Mit einem 8 zu 0 Derbysieg gegen Bludenz übernimmt der SCK Koblach die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga im Sportkegeln. Gregor, wir sind jetzt hier beim Wendepunkt von der Heeresmeisterschaft. Viel los in Gagelen, aber nicht nur heute. Ja, das stimmt. Heute haben wir natürlich ein Riesenevent. Die Heeresmeisterschaft, über 150 Rekruten rennen da auch über den Klettersteig wie bei der Ramsky Trophy. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar andere Events zum Saisonfinale. Zum einen haben wir den Bank Slalom nächste Woche. Das ist ein Snowboard Event, ganz internationale Beteiligung. Aber wir haben auch etwas Spezielles für Familien in den letzten zwei Wochen mit Schnitzeljagd und Motorschlitten für die Kids. Seid ihr zufrieden mit der bisherigen Saison? Der Winter hat ja in diesem Jahr ein bisschen auf sich warten lassen. Ja, wir sind auf alle Fälle zufrieden. Es stimmt, Dezember war am Anfang ein bisschen zäh, sage ich mal, mit dem Schnee. Aber da wir so hoch liegen, haben wir eigentlich immer die Talabfahrt schon seit Beginn offen gehabt. Und die Gäste hat es eigentlich schon richtig getaugt. Und ich meine, wenn man das jetzt anschaut, mehr geht ja gar nicht. Mehr geht nicht und der Schnee ist wirklich top. Ich meine, wir sind jetzt erst von hier oben hier runtergekommen. Ich konnte erst einige Schwünge machen, aber der Schnee und die Pisten sind bestens präpariert hier in Gagelen. Ja, vielen Dank. Da geben wir natürlich unser Bestes. Ich meine, auch mit den Temperaturen und dem halben Meter neuschen übers Wochenende kann man natürlich auch eine super Piste präparieren. Und deswegen, da die Vorschläge und Bianca, fahren wir wieder einen runden Ski. Ich bin gern dabei. Vielen Dank, Gregor. Das machen wir. Bei Ihnen geht es in der Zwischenzeit weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Die Wölfe im Karlandertal bei Kur haben Glück, weil das Wetter milde ist und sie sich kaum in der Nähe menschlicher Siedlungen blicken lassen, sind alle acht Tiere noch am Leben. Das Schweizer Bundesamt für Umwelt hat bis Ende März zwei von ihnen zum Abschuss freigegeben. Das Land lud am Donnerstag zur Tagung mit dem Titel Neue Heimat oder bleibende Fremde. Eine der Vortragenden war Katharina Glavischnik von der österreichischen Asylkoordination. Im V1-Interview erklärte sie, weshalb minderjährige Flüchtlinge spurlos verschwinden und was bei der Kommunikation zwischen Bund und Ländern so überhaupt nicht funktioniert. Und am Landesgericht Feldkirch begann der Prozess gegen einen Vorarlberger Musikschuldirektor, der unter anderem Instrumente für private Zwecke angeschafft haben soll, die jedoch von der Schule bezahlt wurden. Das war's von Ländle TV, der Tag aus dem wunderschönen Skigebiet Gargeln. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss! Servus miteinander vom Christberg im Silbertal. Ich habe eine super Läupe präpariert bei dem traumhaften Wetter und wenn das Wetter die nächste Zeit wird, das zeige ich euch. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen minus 4 und 5 Grad. Der Wind weht mit 7 kmh aus Süd-Südosten. In den nördlichen Landesteilen ist der Himmel morgen wechselnd bewölkt mit tief hängenden, hochnebelartigen Wolken. Mit frischem bis stark böigem Nordostwind fühlt sich die Luft unangenehm kühl an. Oberhalb der Wolken sowie im Walgau und im Montafon bleibt es tagsüber recht sonnig mit einigen hohen Wolken über den Gipfeln. Am Samstag ändert sich nur wenig am Wetterbild. Vor allem im Norden bleiben hochnebelartige Wolken ein Thema. Dazu weht lebhafter, unangenehm kühler Nordostwind. Über den Wolken sowie im Montafon bleibt es überwiegend sonnig. Am Sonntag steigt die Wolken-Obergrenze über 2000 Meter. Ein paar Regentropfen und Schneeflocken sind nicht ganz ausgeschlossen. Und am Montag ist es heiter bei Temperaturen von 0 bis 6 Grad. Musik Musik